ich werde gleich bei so vielen gegner wahnsinnig oh mein god digger ja gefühlt sagt er schon vor meiner fresse hallo digger sagt gefühlt schon vor meiner fresse so hallo ich bin der no skin ich kann nix ich äh ich will sterben der ist das dümmste was ich je gesehen habe ich denke aber leute ich denke da ist jemand alarm und ich kann ja ruhig ich kann nix ich kann nix ich kann nix es ist ja nur bei einem stein so dass da zwei sachen drauf gestapelt ist es nur bei einem stein so charlie hier kommt ein charlie noch kommt ein charlie angefangen alle mal auf dem weg hier kommt charlie charlie alle aus dem weg hier kommt ein charlie alle aus dem weg ich bin der super charlie 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 das ist der charlie attack Leute hä wo ist die scar das macht doch keinen sinn wenn ihr gar keine scarlie attack das macht doch keinen sinn wenn ihr gar keine scarlie attack ich hab keine ahnung ob wir oh mein gott nicht noch da rapunzel wie gehts wie gehts da unten wau uau 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 Ich bin auf Europa, Digger. Ich spiele auf Europa. Und ich krieg so welche Spieler. Ich spiele auf Europa und krieg so welche Spieler. Alter. Ich kann jetzt lachen mal. Ängstlich nicht, dass die Leute so nervig sein. Dass sie so nervig sind. Ich war halt immer der Winzige Spieler in meinem Leben, Digger. Okay, das ist neu gebaut. Roboter kommt. Wo ist das Ziel? See you. See you. See you. Charlie kann sich eigentlich die drei Sterne holen! Ach, Charlie! Hä? Wo sind sie? Charlie! Drei Sterne! Wo seid ihr? Sterne! 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 Ist das hier oder was? Das hier? Nö! Nö! Hä? Ist das direkt vor mir oder was? Ist das direkt beim Stein-Fromio? Ich hab keinen Ahnen! Ich hab keinen Ahnen! Ich hab keinen Ahnen! Er ist... Deine Ahnen! Er ist kein Ahnen! Er ist kein Ahnen! Ich hab einen Schlag zu schwer! charlie ist hier aber das gestecht die alle waren mami es war voll witzig obwohl ich sogar ein zwei spieler die gut waren zwei spieler die die schnellste spieler der welt schon der so guckt er schüttert die ganze zeit so und da guckt er so nach oben und macht so und schießt doch komplett nach oben wenn ich so stehe digga er kann ja nicht mal die bahn berechnen wie er schießen muss um mich zu treffen nicht ja Untertitelung des ZDF, 2020 Das triple Zwei Leute mit Heavy, die haben beide Heavy Aqui Heavy 5 Alter Alter Oh mein Gott Alter Was liegt hier? Aber hier ist ein Trap Alter hat ein Pro mit einer Trap umgebracht Ein richtig geiler Pro war da Ein richtig geiler Pro war da Ein richtig geiler Und überhaupt geil Charlie 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 have no aim Wenn ich höre, dass wir schießen Ich renne Ich renne Ich renne direkt hier hoch Das muss ich mich einmischen Ich renne Ich renne Ich renne Wies Von Ich renne Das war's. Das war's. Ich hab irgendwie grad Angst, dass da Tauer runterfällt. Das kann passieren gleich. Dein Tektiv ist schnell los. Das war's. Oh! 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 Er ist ja abrühlt, abrühlt, das war in April, April, Bethel. nicht doch noch einer in einer hausse diese base camp oh mein gott ich hab mein spaß ich hab mir wenig noch er bitte stirbt der tower kämpfer also weil er nervt am meisten der tower kämpfer nach der meisten bitte kämpfe kämpfen sie sich der andere und der zuerst und dann auch nicht aber bitte stirbt bei dieser tower kämpfer der einer historie schon länger wo ist jetzt meine sniper ich möchte nicht verlieren bei 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 ich habe ich habe kein tröpfung hat heißt abgehauen von tower ich glaube ja ich glaube ich ist von tower up gold er ist in der ersten serien von tower up weil vor zwei walk-and-lauchers hat man auch angst ist klar um mein gotter kämpfen die letzten sniper rausholen ich bin mit ihm zuerst weil ich möchte andere zuerst umbringen und dann habe ich ihm im griff stehen den den dahinten habe habe ich den auch im griff es geht los ben Okay. Ich bin auch ein Troll, Benni, Digga! Ich bin auch ein Troll.